Viele Eltern berichten darüber, dass ihre Kinder mit zunehmender Anzahl an Klinikaufenthalten die Kinder Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, wie zum Beispiel, dass sie ängstlich werden, jähzornig, wütend und sie das besorgt. Besprechen Sie das bitte auf jeden Fall mit Ihrem behandelnden Kinderchirurgen. Möglicherweise kann man an kleinen Stellschrauben schon etwas verbessern, die Rahmenbedingungen in der Klinik verbessern. Leider ist es aktuell in Deutschland noch nicht Usus, dass allen chronisch kranken Patienten auch eine psychologische Betreuung zur Seite gestellt wird. Das ist sicherlich wünschenswert, aber sicherlich kann man im Individualfall auch psychologische Hilfe vermitteln.